So, was kann ich für ein Spiel gönnen? Hier kommen meine Attack-Street Kann mithalten! Geht so, ne? Geht so Fick dich Was hast du für eine Attack-Street? 10 Ah, ich glaube 17 Oh, hier ist eine rote Truhe, aber wenn ich die aktiviere, aktiviere ich gleichzeitig den Teleporter Mach, ne? Warte mal, noch nicht, wirst du es? Nein, noch nicht, Leute Äh, kurz überlegen, was ich hier nehme Ähm, was das Damage macht, ich weiß nicht mehr, was die Items hier machen Das ist alles Schrott Was ist denn das da? Kann ich? Restant machen Warte, ich habe noch so ein Ding tidal Eis für mich Kisten Ist hier links noch irgendwas? Wo ist jetzt nice am? Ich weiß Mach jetzt an Einer ist noch Tschö Ö Nein, du hast schon den Pack nicht mehr gekriegt Scheiße Ich habe die rote Bucke ignoriert, aber er hat nicht gekriegt, was merging So eine Scheiße Ist das bitter Kann ich mir noch mehrere Blobs holen? Ich tanze viele Blobs holen Was bringt? Re- Hab nie gesehen das für einen Buff cancers Die Würmer sind ein bisschen doof. Ich kann die Insta sterben aber Das sind doofe Viecher Die Würmer sind ein bisschen Die Würmer sind ein bisschen Die Würmer sind ein bisschen Das ist ja was nehme ich Nein, da sind drei Truhen in der Wand gespawnt Beziehungsweise Inhalte Das ist scheiß verwacktes Spiel Oh ist das bitter Ob man da nicht rankommt Und wenn du die Drohne kapierst Die kann ich jetzt auch erstmal nicht ran Ah ich glaube jetzt kann ich sie wiederbeleben Ah ne kostet 1800 So ich schau mir mal da unten Jetzt kann ich sie wiederbeleben Sehr gut Wie ist das Ding? Perfekt Bei mir ist gerade ordentlich Action Bei mir auch Zumindest Ruckert wie Hölle Rottetruhe Ach scheiß, was liegt Rottetruhe 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 Ah ja, klar, das habt ihr auch noch Oh, die hat das Explode, stimmt Den Behemoth? Ja Das ist jetzt auch einen Jetzt hab ich auch einen Das ist so ein Damage-Push, der richtig reinhaut Ja Boah, ich falle zu langsam Boah, irgendwas, was schneller Fall irgendwas macht Wasser, meine ich, das ist ja assi Wo ist denn da, was? Ich weiß nicht, ich hab hier ein paar, wo das? Ah, hier Oh, der ganz tot Ich mach's, ich hab's einfach mal geholt Da haben wir ja noch Geld So, wenn du noch Kisten hast, wär nicht schlecht Äh, ich mach an Okay Äh, warte, ich gucke nur hier kurz Ah ja, hier sind wir schlecht Okay, dann mach ich So, komm mal schnell da voran Kann man einfach nix level machen Brauch nix zu Ja, wir brauchen bald keine Kisten mehr Wir holen einfach die ersten Viecher Und dann sammeln wir einfach das ein, was da droppt So, hier kurz steigen, ob hier der Geheimgang ist Bevor wir was vergessen Ja Ja, der ist hier Komm mal mit hin Ja, und ich komm da auch Aber Nee, ich glaub das ist wieder nur so'n Ich glaub das ist nix Groß was gibt Sieht aus, als wär das nur so'n Na? Uh, ich krieg ordentlich damage durch diese Festdinger Mach die mal tot, wenn du kannst Oh, das sind drei Stück Aber ich mach's dir mal tot Ich mach's dir tot, wenn du kannst Oh, scheiße, wir haben ne Drohne von mir gekillt Oh, die haben alle meine Drohnen gekillt Oh, ganz viele meiner Drohnen Das ist kein Problem mehr Wenn ich jetzt mal drüben bin Der mal mit Tech Speed Ah, diese Teddys wollte ich mir von den grünen Alter, es geht nie ab Hast du schon gestartet? Achso, ja klar Stehe ich ja die Zeit Ich komm immer mehr von den Viechern Ich komm mal runter Ich hab kein Geld Für meine Drohnen Die liegen hier überall Ich glaub' ich hab' noch eine Drohne, glaub' ich Ich glaub' ich Ich glaub' ich hab' noch eine Drohne, glaub' ich Scheiße Ich bin tot Ich hab' grad zerlegt Scheiße Deine Runde Die Wichser haben alle meine Drohnen gekillt Man, dann kann ich ja auf die Toilette gehen Verdammt Shit, ey Ey, das Level ist jetzt nicht erst mal vorbei Warum? Ja, weil meine Drohnen als würde sind Alle Ja Ich brauch' Geld Oh nein, ey Gib' mal dann nicht ab Hast du schon abgegeben? Nee Ich bin gleich mal da Das Level Ich schweigt ja nicht Kleiner Moment Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020